moin da wieder willkommen zurück zu einer neuen Rohrhaften Feuer Wolfenstein der Alp der Yallplot Oh bitte seh mich nicht, bitte seh mich nicht bitte seh mich nicht, bitte seh mich nicht, bitte seh mich nicht. Kann man damit so einen eigentlich rumringen oder sind die unsterblich? Ich möchte das jetzt gerne wissen, ob man so einen auch mit der Waffe töten kann. Wäre jetzt eine Enttäuschung, wenn nicht. Okay, man kann so einen mit sowas tun. Okay. 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 Ja. Ja, diesmal nehme ich ne Waffe mit. Ich vergaß in dem früheren Wolfensteins, konnte man mit den Waffen nicht laufen. Hm. Ja. Selber Geld. Och Mann! Ich habe sie gestern abgehört, als sie vor ihrem Zimmer machtschrafen. Jeder weiß doch, dass in dir die Geschichte das passiert. Und das hat sie sogar ein Mischwunsch. Und wer hat er wohl gesprochen? Helga! Ich hab sie gestern haben gehört, als sie vor ihren Zimmermachschrauben. Jeder weiß doch, dass in dir die Geschichte interessiert, das hat sie sogar ein Mischwunsch. naja ist ein bisschen schwerer wenn man es wenn ich sagen darf extravagant auch hier ist was mit gold leider in diesen waffen ist ein teil ist irgendwie aber den muss zugeben die sind sogar ich bin tot na gut ich habe mir den ersten so so Untertitelung des ZDF, 2020 Verdammte Mistdinge, Alter. Diese Roboter sind einfach noch Mistdinge. Leider muss ich das ja sagen. Leider muss ich zugeben. Ich habe ja auch gesehen, dass es so rum. Ich habe ja auch gesehen, dass es so rum, dass es so rum, dass es so rum, dass es so rum. Ich habe ja auch gesehen, dass es so rum, dass es so rum. Ich habe ja auch gesehen, dass es so rum. Okay. Das war's für heute. Es wird sich nicht Ich finde es gut, dass sie noch auf Sound reagieren Ich hoffe echt nicht, dass es noch brutaler wird Ich bin ein Ich bin ein Ich bin ein Das war's. hm jetzt sitze ich auf L2 haut er nur mit dem Lechwort zu und L2 einfach auf dem Bein das war beim New Colossus nicht so aber ich glaube erstmal mit dem das war Das war's. Das war die Hörser nicht mehr. Was ist das? Magus! damit es klar ist ich werde jetzt nicht sagen dass dieses teil dieser teile gerade dem besten anfang hat es sei mir von dem geheimnis was weiß helga du verwechselst mich mit jemandem ich dachte eine sekunde wir lassen soll ich dich hier lösen ich habe ich ihn von tante sarah erzählt als sie im college war wurde bei ihr demenz festgestellt die medikamente machten sie benommen sind merkwürdig ich erinnere mich noch an ihre augen die dreckige fenster an einer verlassenen hütte meine mutter dachte dass es durchs blut übertragen hat was ist wir bringen das haben wir im ganzen, in diesem Spiel sind ganz viele meine Güte, was für ein verdammter Riesenhund Alter Scheiße auf Ich bin hier weg Ich schalte den Kommandanten aus Ah, das war einer Ich bin hier 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 Ich bin hier